Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung der Tragikomödie Das Zimmer der Wunder. Der Film soll am 16. Mai in den deutschen Kinos erscheinen und wir konnten ihn bereits sehen und mit wir meine ich nicht nur mich, das wäre nämlich nicht ausreichend genug, sondern auch der Werner ist da. Hallo Werner! Grüß dich! Werner, Das Zimmer der Wunder. Wusstest du, dass es auf einem Buch basiert? Nachdem ich ihn gesehen hatte, hatte ich es vermutet und das hat sich dann bestätigt. Also ich wusste es vorher nicht, aber man merkt es irgendwie doch. Ja, finde ich auch. Und noch eine kleine Mini-Anekdote erzählt. Der Werner und ich haben im Vorgespräch gerätselt, wie wir die Hauptfigur aussprechen. Da haben sie jetzt dazu entschieden, sie Thelma zu nennen. Und sie hat im Film einen Sohn, der heißt Louis. Und das ist mir gar nicht richtig klar gewesen davor, aber ich finde das ganz ulkig. Thelma und Louis, also ältere von uns kennen noch den Ridley-Scott-Film mit Gina Davis und Susan Sarandon. Das finde ich irgendwie, das finde ich ganz nett, ganz sympathisch, weil, das kann ich nochmal sagen, der Film, das jetzt nicht so mit dem dicken Buttermesser aufs Brot schmiert, aber doch, ich musste gerade eben, war ich doch sehr amüsiert. Mir war das ehrlich gesagt so gar nicht bewusst, aber ja, vielleicht haben andere das gleiche Vergnügen wie du. Ich finde auf jeden Fall, der Thelma und der Stadt hat hier mit seinen heutigen Bildungsauftrag erfüllt. Das heißt, wir können uns jetzt um das Wesentliche kümmern, nämlich uns zu fragen, ist das Zimmer der Wunder ein guter Film? Können wir diesen Film empfehlen? Bevor wir das machen, müssen wir klären, das Zimmer der Wunder, worum geht es eigentlich? Und Werner, darauf hast du die Antwort. Ja, in dem Buch geht es um den jungen Louis, der einen Unfall hat und dessen Mutter dann anschließend sein Tagebuch findet. Und in diesem Tagebuch stehen verschiedene Ziele, die sich der Louis vorgenommen hat, Dinge, die er machen möchte, bevor er stirbt. Und die Mutter macht es sich dann zur Aufgabe, diese Ziele für ihn zu erfüllen, in der Hoffnung, dass es ihn unbewusst Kraft gibt, während er im Koma liegt nach dem Unfall. Und dabei besucht sie verschiedene Orte, macht verschiedene Dinge und nimmt uns mit auf diese vielfältige Reise. Diese Handlung der sogenannten Bucketlist ist ja jetzt auch nichts Neues. Wir kennen vielleicht noch diesen Film, Das Beste kommt zum Schluss mit Morgan Freeman und Jack Nicholson, wo es ja auch darum geht, dass zwei todkranke Männer sich gegenseitig so die letzten Wünsche erfüllen. Das ist aber auch schon ein paar Jahre her und ich finde, dass das Zimmer der Wunder hat ja wirklich diesen ganz interessanten Twist, nenne ich es mal, dass die Mutter halt jetzt die Bucketliste ihres Sohnes erfüllt. Und ihr Sohn ist halt einfach zwölf. Ich weiß nicht, wie alt sie ist. Ich würde sie so um die Mitte, Mitte 40 vielleicht schätzen. Und das ist schon eine ganz nette Idee. Was sagst du zu der Idee? Ich gebe dir da vollkommen recht. Also dadurch, dass man die Beziehung der beiden am Anfang ziemlich simpel, aber effektiv darstellt und die dann halt eben in einem anderen Bezug zueinander sind als viele andere Filme dieser Art, fand ich das einen netten, frischen Ansatz. Und durch diese sympathische Art der Mutter, die sie halt eben dann ausstrahlt, fand ich das wirklich süß. Ich finde auch, dass der Film, und ich habe ein paar Kritikpunkte an dem Film anzubringen, aber dazu gleich. Ich finde, dieser Film hat aber eine ganz klare Stärke. Das ist die Hauptdarstellerin Alexandra Lamy oder Lamy, ja französischer Name nicht. Die fand ich wirklich richtig toll in dem Film. Die hat so eine natürliche Ausstrahlung. Das hat mir wirklich gefallen. Also auch wenn ich, wie gesagt, nicht alles an dem Film toll fand, aber es hat mir wirklich Spaß gemacht, diese knapp 90 Minuten lang mit dieser Frau zu verbringen, die einfach so eine ganz, ganz tolle bodenständige, aber dennoch so leicht schwärmerische Ausstrahlung hat. Wie hat dir die Darstellung gefallen? Ich kann dir da nur recht geben. Für mich war sie eine kleine Entdeckung, will ich mal sagen, weil ich kannte sie vorher gar nicht. Und während ich den Film geschaut habe, dachte ich, ja, also das Schauspiel, das gefällt mir wirklich sehr. Sie bringt diese sympathische Art gut rüber, stellt die Situation glaubhaft dar. Und ich war wirklich, ja, angetan von ihrer Leistung. Hat mir richtig gut gefallen. Und ich habe dann direkt geguckt, wo sie noch mitgespielt hat. Aber ich habe bisher tatsächlich keinen Film von ihr gesehen. Werde aber in Zukunft mal gucken, was sie noch so auf die Beine stellt. Ja, ich glaube, das ist so ein typischer Fall von einer Darstellerin, die halt in ihrer Heimat relativ bekannt ist und auch wirklich viel gemacht hat. Aber in unseren Breitengraden, glaube ich, noch nicht so viel, in so vielen Sachen zu sehen war. Ich gehe gerade auch ihre Filmografie durch und ich habe, glaube ich, auch zwei, drei Filme von ihr gesehen. Und die Filme, die in Deutschland erschienen sind von ihr, es ist auch relativ knapp gehalten dafür, dass sie, glaube ich, auch schon über 20 Jahre aktiv ist. Gut, haben wir schon mal geklärt. Alexandre Lamy ist toll in dem Film. Was sagst du denn zu der Inszenierung? Regie führte Lisa Azuelos. Die hat vor ein paar Jahren mit diesem Laughing Out Loud Film einen relativen Hit gehabt. Der wurde dann auch ein paar Jahre später mit Miley Cyrus in den USA geremaggt. Da hat sie auch tatsächlich die Regie übernommen. Und jetzt ist sie halt wieder zurück in ihre Heimat gekommen. Ich muss sagen, ich finde, der Film ist inszenatorisch jetzt nicht misslungen, aber ich finde ihn schon sehr gewöhnlich inszeniert. Also da, finde ich, gibt es nichts wirklich, was inszenatorisch heraussticht. Oder siehst du das anders? Nee, auch da muss ich dir vollkommen recht geben. Rein von der Machart, da gibt es nichts, was irgendwie hervorsticht oder besonders anders gemacht ist. Was man macht, das macht man gut, das macht man gekonnt. Aber es gibt nichts, was rein inszenatorisch irgendwie irgendwelche Bäume ausreißt. Aber ich finde, das muss dieser Film auch absolut gar nicht. Was ich ein bisschen schade fand, der Film fängt an und wir sehen halt so den Alltag von Velma. Und das ist jetzt keine Frau, die in Armut lebt, aber es ist auch keine Frau, die jetzt ganz oben steht. Sie arbeitet, ich nehme mal an, es soll irgendwie Amazon sein oder so und ist da irgendwie im Lager tätig und scheint da auch einen wichtigen Posten zu haben. Aber ist ganz klar, ich würde sagen, Arbeiterklasse. Und das fand ich zu Beginn echt ganz schön, dass der Film das uns zeigt. Das Problem ist nur, dass im Laufe der Handlung sie immer, ja ich sag, aufwendigere Träume ihres Sohnes erfüllt. Und da scheint Geld auch irgendwie nie so das Problem zu sein. Sie bekommt nachher Unterstützung von ihrer Mutter, die ja einfach mal so die Kreditkarte in die Hand drückt und sagt, Kind mach. Aber ich finde es sehr schade, dass der Film hier wirklich eine Chance verstreichen lässt, weil ich finde die Geschichte toll, aber es hätte mich interessiert, wie macht man das denn bitte als alleinerziehende Mutter, die dann vielleicht auch nicht die Abermillion auf dem Konto hat, um diese Träume zu erfüllen. Und der Film spart das leider relativ schnell aus und findet auch dafür ja so hemmsämtliche Antworten. Also dass die Mutter sie unterstützt, nämlich der ihr einfach die Kreditkarte in die Hand drückt, finde ich, ist ein bisschen faul. Und der Film ist nicht besonders lang, aber ich glaube, es hätte gut getan, wenn man da vielleicht noch ein paar Minuten investiert hätte und vielleicht auch mal gezeigt hätte, dass diese Frau auch mal scheitert. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es so einfach ist, diese Träume einfach zu erfüllen. Es passiert alles sehr schnell, es wird alles sehr schön abgehakt. Und es gibt eine Episode in Japan, wo sie durch Zufall und Glück jemanden trifft, der davor von niemand anderem getroffen wurde. Das ist mir ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen arg faul. Das ist so ein bisschen Feel-Good-Movie der faulen Art. Du kannst mir jetzt gerne wieder zustimmen, aber ich gebe dir auch, also ich gönne dir auch mal, dass du jetzt was gegen meine Meinung sagen kannst. Du hast genau das so angesprochen, was ich mir vorher notiert hatte. Und zwar, dass gerade diese einzelnen Episoden in nicht vielerlei Hinsicht, sondern eigentlich in jederlei Hinsicht ziemlich schnell abgehakt werden. Das geht da wirklich so Schlag auf Schlag, wenn man bedenkt, wie umfangreich die eigentlichen Missionen, nenne ich sie mal, sind. Und dabei geht, wie du es richtig angesprochen hast, der Alltag total flöten und man einfach nicht wirklich einen Blick darauf werfen kann, was da im Hintergrund alles an Probleme auftritt. Weil, wie du richtig gesagt hast, da spielt ja Geld eine Rolle, Arbeit, Zeit und so viele andere Faktoren, die da noch mit reinfließen und eben völlig vernachlässigt werden und ein bisschen so aus dieser tiefen Vision rausnehmen, die dieser Film ja aufbauen möchte und teilweise ja auch tut. Also die Emotionen, die kommen in vielen Punkten sehr gut rüber. Aber dadurch, dass man es eben so schnell abhakt, Schlag auf Schlag, kommt das Ganze dann wiederum auch ein bisschen auf den Boden, sage ich mal. Und dadurch kann man dann nicht das volle Potenzial ausschöpfen. Aber das Gute ist, dadurch, dass man so viele Stationen abhakt, hat der Film auch eine gewisse Abwechslung. Also man bekommt verschiedene Orte zu sehen, Länder, verschiedene Aktivitäten, die man ausübt. Und das hat mir dann wiederum sehr gut gefallen, weil man das in dieser Mischung selten zu sehen bekommt. Ja, also es gibt wirklich auch so kleine Episoden, die ich ja tatsächlich noch am schönsten finde. Also es gibt zum Beispiel, träumt der Sohn halt davon, wie er in seinem Tagebuch schreibt, dass er halt gerne mal die Brüste seiner Mathelehrerin anfassen würde. Und das ist so eine ganz, ganz kurze Episode und die fand ich eigentlich sehr amüsant, weil ich muss auch sagen, ich habe mir dann überlegt so, also ich wollte nie die Brüste meiner Mathelehrerin anfassen. Ich glaube, man hätte mich dazu nicht mal zwingen können. Das wäre eine Sache gewesen, die hätte ich mir nicht, das will ich nicht. Aber das sind so kleine Episoden, die wirklich schön sind. Die haben mir am besten gefallen. Ich fand den Film halt wirklich immer dann nicht mehr so stark, wenn er halt so große Episoden hatte, die auch so aufwendig waren. Jetzt wie gesagt in Japan oder wenn sie irgendwie mit Walen schwimmen möchte. Und auch so dieser ganze Subplot damit, dass sie wieder Kontakt zu seinem Vater aufnimmt. Das ist alles so ein bisschen too much. Ich hätte es, glaube ich, besser gefunden, wenn der Film sich so in einem kleineren Rahmen, in einem kleineren Kreis bewegt hätte. Und gerade diese Episode mit Japan, da muss ich dir auch recht geben, hinterlässt am meisten Eindruck, weil es inhaltlich eben so rübergebracht wird, dass es unglaubwürdig ist. Also beim Rest kann man ja noch sagen, gut, mit Wale schwimmen, Skateboard fahren und so etwas. Das ist ja jetzt alles nichts, was man noch nie gesehen oder gehört hat. Aber wenn du dann eben in Japan so eine Riesentour machst, durch das halbe Land gefühlt und dann eine Person finden sollst, die vorher nie jemand gesehen hat, das wirkt dann einfach so ein bisschen too much und zieht einen dann wirklich ein bisschen raus, weil man sich denkt, ach, passt nicht so ganz zum schönen Gesamtbild. Und diese Nebenstory mit ihrem Vater, die fand ich dann auch total aufgesetzt. Also es passt zwar zur Geschichte, dass er seinen Vater sehen möchte, aber die Umsetzung war wie der Rest auch ziemlich dahin geklatscht und hat mir nicht wirklich gefallen. Im Gegensatz zu dem Humor, der hier Stück für Stück gut verteilt wird. Man hat zwischendurch immer mal wieder solide Lacher und es lockert die Stimmung gut auf. Da muss ich sagen, hat mir dieser Teil relativ gut gefallen, ohne dass es laute Lacher gab. Was ich auch ein bisschen seltsam finde, ist das Ende. Ich möchte jetzt nicht spoilern, wie es endet, aber ich habe ja schon gesagt, dass wir zu Beginn sehen, wie Velma arbeitet oder wo sie arbeitet. Und es gibt zu Beginn eine kleine Szene, da hat sie so eine Meinungsverschiedenheit mit ihrem Vorgesetzten. Das ist aber nichts Großes. Das ist einfach, was jeder vielleicht mal kennt, dass man zu spät ist und dann rüffelt der Chef ein und dann sagt man, Entschuldigung, aber blablabla, das kommt mir wieder vor und gut ist. Und am Ende, wenn dann so erklärt wird, wie ihr Leben weitergeht, kommt dann plötzlich so aus dem Hut gezabbert, ja, sie hat ihre Arbeitsstelle verklagt und dadurch hat es daran an Geld gekommen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, habe ich irgendwas verpasst? Weil das war erzählerisch halt wirklich komplett, ja, ich möchte fast schon sagen, armselig, weil dafür haben sie mir zu wenig davor gegeben, um jetzt so ein Ende rauszuhauen. Oder siehst du das anders? Das Ende hat mich auch ziemlich kalt gelassen, muss man wirklich sagen. Von dem Sohnemann abgesehen, war alles drumherum eben ziemlich, nicht tiefgründig genug, als dass man sich darum wirklich kümmern kann. Also das hat mich kalt gelassen. Kalt, okay, ist ein bisschen übertrieben, aber es hat mich nicht so mitgerissen, wie es der Film wollte. Und gerade die Arbeit, die du ja angesprochen hast, der Chef, der wirkt ein bisschen so wie ein künstlich reingelegter Bösewicht, damit man jemanden hat, mit dem man nicht sympathisiert. Und das fand ich dann ziemlich faul reingebaut. Das hat mir gar nicht gefallen. Ja, vor allem, weil dieser Chef auch wirklich, er hat ja keine Präsenz. Du siehst ihn einmal, ganz kurz am Anfang, in den ersten vier Minuten für 20 Sekunden und das war's. Und am Ende soll ich dir dann irgendwie, soll mir klar gemacht werden, dass der jetzt wirklich kein Antagonist ist, aber dass der halt schon ein, in Anführungszeichen, schlechter Mensch war. Aber das hatte der Film ja vorher gar nicht gezeigt. Das ist halt einfach ein Chef, der sich darüber beklagt, dass die Mitarbeiterin irgendwie zu spät kommt, was ja auch jetzt nicht so ungewöhnlich ist. Also das ist einfach ein bisschen seltsam. Aber gut, man muss ja auch sagen, Werner, wir beide haben mit unserem Telestammtischchef Anja natürlich den besten Chef aller Zeiten. Hallo Andi, liebe Grüße, wir lieben dich. Ja, wir lieben dich. Ich finde, das Zimmer der Wunder ist ein, es ist ein schöner Film, finde ich. Aber er hat halt so diese, diese, diese kleinen Fehlerchen. und das sorgt dann auch mit dafür, dass ich die ganze Zeit, als ich den geguckt habe, dachte, das ist ein schöner Film und ich sagte ja schon oder wir beide haben schon festgestellt, die Hauptdeutscherin ist einfach wirklich ganz, ganz toll. Aber das ist jetzt für mich zumindest kein Film, wo ich sagen würde, boah, in drei, vier Jahren werde ich mich noch zurückerinnern an diesen Film oder ist es bei dir anders? Weil deine Sichtung ist jetzt schon ein paar Wochen her. Ja, bei mir sind es jetzt schon knapp zwei Monate, glaube ich, wo ich den gesehen habe und schon in diesem Zeitraum ist er ziemlich in Vergessenheit geraten. Also wenn wir den jetzt nicht besprechen würden, hätte ich den gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, glaube ich. Obwohl er zur damaligen Zeit mir wirklich gefallen hat und es auch jetzt noch tun würde, wenn ich ihn anschauen würde, muss ich sagen, einen bleibenden Eindruck hinterlässt er absolut gar nicht. Denn obwohl er viele schöne, viele, ja gut, nicht viele emotionale, aber viele gute Momente hat, hinterlässt er einfach keinen bleibenden Eindruck, weil diese dann eben relativiert werden durch viele oberflächliche Momente und Dinge, die einfach, die sich nicht natürlich anfühlen, wodurch der Film am Ende mehr als sehenswert ist, aber für ein Gut reicht es nicht so ganz. Da fehlt noch so dieser letzte feine Schliff. Ja, also für eine Wertung meinerseits, wo ich sage, er ist gut, fehlt mir auch so ein bisschen, dass der Film aus einer Komfortzone rauskommt und ich mag es ja gerne, wenn einem auf einem Dramen auch ein bisschen fordern und auch mal ein bisschen was wirklich Unangenehmes zeigen und auch nicht immer für alles so einfache Lösungen auffahren und das macht der Film aber leider schon. Also der, der, der fordert einen nicht heraus, am Ende, ich will nicht sagen, es ist ein Happy End, der lässt da durchaus noch ein bisschen Spielraum, aber gerade so diese, diese Einfachheit, mit der sie da sich durch diese, durch diese Erfüllung dieser Bucketlist manövriert, ach ja, das, das ist, weiß nicht, die Stakes sind einfach nicht so hoch dafür, finde ich. Es ist einfache Kost und als solche hat der Film durchaus seine Daseinsberechtigung, wird sicherlich auch seine Zielgruppe finden und ich denke, die meisten Leute, also die Zielgruppe dafür, gerade was Buchverfilmungen angeht und ebenso Dramen, diese Geschichten rund um die Beziehung zwischen Sohnemann und Mutter, da kann man diesen Film guten Gewissens anschauen, empfehlen, aber es ist jetzt bei weitem nichts, was man gesehen haben muss und folglich kann man diesen Film überspringen, aber man kann ihn auch gut schauen. Das klingt schon so wie ein Fazit, trotz allem noch die Frage an dich, willst du trotzdem nochmal ein extra Fazit fällen zu Das Zimmer in der Wunder? Nö, ich denke, ich habe ganz klar gesagt, wie meine Meinung zu dem Film ist, man kann ihn genießen, man verschwendet keine Zeit, wenn man ihn sich anschaut, aber man verpasst auch nicht sehr viel, wenn man ihn sich nicht anschaut und dementsprechend gibt es von mir eine Empfehlung, aber Pflichtprogramm ist es nicht. Dann sage ich auch noch kurz was, es ist ein okayer Film, es ist ein netter Film, die Hauptdarstellerin Alexandra Lamy ist toll, aber für meinen Geschmack ist er dann doch zu sehr, ja, zu sehr Sicherheitsfilm, der zu sehr in der Komfortzone bleibt, aber nichtsdestotrotz, es gibt schlimmere Filme, die man sich im Kino angucken kann, jetzt, wo wir das gerade aufnehmen, ist gerade frisch, Chantal Märchenland gestartet, mal so als Gegenbeispiel dafür. Das ist immer der Wunder, ab 16. Mai im Kino, zweimal eine sanfte Empfehlung von uns beiden, vielen Dank fürs Zuhören, denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt, außerdem haben wir eine eigene Webseite, www.tele-Stammtisch.de Danke fürs Zuhören nochmal, ich sage Tschüss und Werner, dir gibt es das letzte Wort und du darfst gerne noch ein bisschen Werbung für deinen Kanal machen, Tschüss. Ich möchte keine Werbung für mich machen, ich möchte mich viel lieber bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier drüber zu sprechen, danke an den Chef Andi, ich möchte auch nochmal sagen, wir lieben dich, danke an die Zuhörer fürs Zuhören und damit möchte ich das Thema beenden, macht's gut. Ich möchte noch anmerken, dass ich unseren Chef Andi noch viel, viel mehr liebe als Werner. Nein, tut er nicht, ich. Doch, doch, Chef Andi, Chef Andi, du weißt, wenn dich jemand liebt, dann will ich das. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.